Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, hier ist der Status zum Ostersonntag, jawohl Ostersonntag und ich hoffe ihr habt alle schön Osterfeuer gefeiert und sehr für die alle nüchtern und heute schon schön am Oster her suchen und ja genau, das wollte ich euch eigentlich nur mal sagen. Ja, juhu.